. Nowak oder Harrison? So wird Sarah nach der Hochzeit heißen. Das Geheimnis ist gelüftet. Pünktlich zu Karneval wird Sarah Nowak, 26, ihrem Freund Dominik Harrison, 26, am 11.11 das Ja-Wort geben. Nachdem die Ex-Bachelor-Kandidatin schon vor wenigen Wochen verraten hatte, dass auch ihre kleine Prinzessin den Namen ihres Papas tragen wird, zieht jetzt auch die 26-Jährige selbst nach und verkündet freudestrahlend auf YouTube, ich werde natürlich Namen annehmen. Wie geil ist das bitte! dude im fort Better Das war und Es fe personally die von